Das Gericht befindet diese Alpha-Einheit oder auch A-Team genannt für schuldig. Sie wird zu einer 10-jährigen Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Sie sind unschuldig. Wie sieht der Plan aus, Paus? Du hörst dich irgendwie besorgt an. Sie sind für diese Männer verantwortlich. Finden Sie sie. Scheiße, nein. Ich steige in kein verdammtes Flugzeug. Mach schon! Nein, mit dir steig ein, wir müssen hier verschwinden! Mach schon, steig ein! Ich bring das Team wieder zusammen. Und wie sieht die aufhalten? Nur die Ruhe. Das wird echt aufregend. Ich bin B.A. Und bei dir gehen gleich die Lichter auf. Mann, das ist echt ein verdammt nettes Plätzchen. Macht ihr hier Timesharing? Ich bin dabei. Guten Morgen! Er wollte flüchten, indem er einen Krankenwagen kurzgeschlossen hat. Mit einem Defibrillator. Klar! Ich stehe auf den Kerl. Wie gesagt, die Mission ist noch nicht vorbei. Wovon redest du da bitte? Unsere Akten löschen? Wir wurden reingelegt. Jetzt ist Zahltag. Oh, scheiße. Ja, Hannibal. Sie sind Besten. Und die Methoden sind außergewöhnlich. Ich brauche nicht lange. Ich bin gut. Knallt sie ab! Macht sie fertig! Geben Sie meinem Team eine Stunde. Wir sind unschlagbar. Das A-Team. Aufpassen! Du hast mein Van platt gemacht. Ich werde dich töten, du Fuss. Du hättest da eh nicht stehen dürfen. Das sollen wir mit ein paar Sachen. Du hast ihn gesagt, das ist doch nicht so важ. Bis zum nächsten Mal. Die Versorgung des RНуers. Die Versorgung des Räufs. Wir werden die Versorgung des Räufs. Wir werden die Versorgung des Räufs. Das ist doch nicht mehr. Nein, ich in die Versorgung des Räufs. Ich werde mich sogar hier verraten. Ich werde mich nur noch nicht mehr für die Versorgung des Räufs. Untertitelung des ZDF, 2020